Musik Am 15. Juli 2018 ist es soweit. Feiern Sie mit den fünften Geburtstag der Luxemburger Schlager und Volksmusikfreunde der Gemeinde Petingen im Centre de Loisir La Madeleine Luxemburg. Musik Mit Gaby Bagenski Graziano Ronny Gander Marcello Alexander Michael Kisling Margot Peterson Lena Ferres Und mit dabei sind auch die Zumba Kids. Dabei sind auch fünf Fernsehsender aus drei Ländern. Diese Schlagerparty muss man einfach miterleben. Da lohnt sich der weiteste Weg. Musik Sichern Sie sich noch heute Ihre Tickets unter Telefon 00352 691 812 845 oder unter der angegebenen Mailadresse. Die Schlagerparty in Luxemburg. Das Highlight 2018. Musik Die Schlagerparty in Luxemburg. Das Highlight. 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 Das High